Halt die Schlaufe! Das ist kein Heune! Und sie nein, sie ist sofort gemein und sie ist nicht so schlimm. Das ist ein Hochschluss und es ist auch immer noch nie! Das ist also ein Hochschluss. Die Hochschluss sind jetzt hier aber auch am Ende. So ein Hochschluss sind die Hochschluss. Die Hochschluss werden sie auch hierher. Die Hochschluss werden sie auch hierherher. Dann haben sie schon gross. Die Hochschluss werden sie schon auf dem Januar vorgelegt. Hier geht es um ein bisschen um das Gäste um die Gäste. Aber das ist auch ein Wiefer der Trommel, und dann gibt es ein Wiener der Trommel, Rechts! Rechts! Einer mit! Passen! Eine! Wir brauchen den Weg! Fahre Schienen! Anfänger nach dem Weg! Wurde mich in der Mitte Leute! Wurde mich in der Mitte! 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 Der Ball! Komm! Hatten! Jawohl! Wunderbar! Geht's mir nicht? Was hast du denn da gesehen? Du kannst doch nicht immer im Mittelpunkt stehen! Kannst doch mal laufen! Da ist der Hütte gut an der Linken. Wunderbar! Wunderbar aufgehen! 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 20 20 22 22 18 20 23 25 21 23 22 23 24 25 25 Jetzt seid ihr komplett, jetzt seid ihr komplett. Mach uns mal wieder mal wieder. Ach die Welt. Wir sind hier auch, Leute. Komm, nach euch. Ist sicher, Fanky. Fanky, lacht. Lacht noch mal. Lacht noch mal. Lacht noch mal. Ruhig! Ja, gut. Ja, gut. Angefinger. Angefinger. Ja, gut. Nachigen! Nachigen! Doch die Draugerei! Ajo! Ich bin hier, ich bin neun. Was lauft in der Wand? Und wieder nachgetreten. 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 Und wieder nachgetreten.